Werde ich die Kartoffeln in der Hand haben? Michaelicious Geht das hier auch wieder weg? Okay, alles klar Consumer Okay, es gibt 10 Wasser Oh je Ah, Ruckel Geh doch da rein Und mach die scheiß Tür zu Danke Hab ich Ich hab doch bestimmt irgendwo noch einen Hammer, oder? Da ist ein Hammer So, lieber Hammer Nein, ich möchte gern Die Tür reparieren Okay Ähm Das läuft bis jetzt erstmal überraschend gut Aber ich will ehrlich gesagt gar nicht 4, 5 Ich will jetzt zu den Kartoffeln Das müsste 6 sein Yay Das ist so befreiend Das hab ich mir echt schon eine Weile gewünscht Dass das Dass das so geht So, jetzt ist er wieder gesättigt Und Ähm Ich muss was trinken Und vielleicht die Keule in die Hand nehmen Ähm Ähm Hallo Der Brunnen ist echt eine gute Idee Uch Und den vor allem In mein Haus zu bauen Ist echt eine gute Idee So Jetzt bin ich halt erstmal gesättigt Und stuff Warte mal Wie sieht das aus? Neuer Energie ist eigentlich Ich leg mich einfach mal einen Moment hin Aber es bringt eh nix Weil es lädt ja nur die Lädt ja nur die Ähm Energie auf Ich hab aber auch hier Packs Das ist gut zu wissen Davon brauche ich jetzt gerade mal nix Runestone 2 Okay Das ist immer noch useless at the moment Ja Das ist es noch Kristallschad Ich bin ziemlich sicher Dass ich mit ein paar von diesen Splittern In der Lage bin Eine neue Kristallkugel zu bauen Also ich hoffe es Lightspell Bumspell Der Bombspell wäre vielleicht Eine Idee gewesen Um die Als die hier so krass Eingeschneit sind Um die los zu werden Dieser Rhythmus Ähm Gut ich hab nen Bogen Ich hab Ich hab Club Also Stoff And shit And shit Da ist irgendwie nisch drin Da doch Runestone 2 Wieder Und Berries Äh Eine Feuerstelle Hab ich auch noch in der Kiste Ne Also für den Für den Fall Gut ich hab ein bisschen Eisen Hatte ich nicht auch noch Irgendwo Tonnenweise Wood Ach guck mal hier Ich hab noch Steinwände Ein paar Das ist echt gut zu wissen Und hier hab ich noch ein bisschen Holz Und Spikes Vor allem Aber nicht viele Ja gut Ich könnte doch die Möglichkeit Mal benutzen Um noch ein paar Spikes Zu Oh nein Oh nein Jetzt brauch ich vielleicht Meinen Meinen Bombspell Und das am besten Ein bisschen Dally Wo ist denn die Scheiße Hallo Hä Mach das doch auf Meine Güte Die sind hier gleich drin Ja jetzt sind sie drin Run for your life Run bitch Run Ah Heilige Scheiße Es ist nur einer hinter mir her Es ist nur einer Schlag ihn doch tot Schlag ihn doch tot Ah Shit Ah 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 Oh die sind Oh die Die wollen mich Ah Die wollen mich unbedingt Ah Shit Ah Ich brauch Ich brauch Eine Ort an dem ich mich Verstecken kann Ah Lauf doch Hallo 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 Na toll Ähm Oh shit Ah Schnell weg Ah Ja genau Ja genau Mhm Okay Ah 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 Ja Ah Ah You never get me alive Ah Oh Erdbeeren Sag mal Können die nicht auch irgendwann mal von mir ablassen Ah Das ist doch nicht mehr normal Oh hier ist eine Straße Vielleicht führt die mich irgendwo hin Ah Also wo es nicht den sicheren Tod gibt Ah 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 Leute Könntet ihr bitte Aufhören mich zu jagen Geht das? Ah 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 Das ist ein bisschen unfair Ah Shit Ah Shit Da Ah Ah Ach Leute Ey Wieso kann ich denn Wieso kann ich denn Jetzt müsste ich die aber los sein Ach guck mal hier Das kommt mir irgendwie bekannt vor Das war nämlich bei dem Was ist das hier? Wooden Window Das war nämlich tatsächlich Die Festung In der ich schon mal war Als ich das eine mal starb Und Ähm Dann der Spielstand aber weg war Das ist ganz gut Hier bin ich Glaube ich erstmal Einigermaßen safe Boah Aber das Spiel ist echt heavy Ich Ich weiß nicht Also nachts rausgehen Ist total dumm Das sollte man auf keinen Fall tun So Okay Hier Ne Hier war ich noch nicht drin Das ist nur wieder so eine Oh toll Das ist nur wieder so eine halbe Festung Gut Aber das Regal Das kann ich schon gebrauchen Der Rest hier ist wieder nur Krempel Das ist nur wieder so eine halbe Das ist nur wieder so eine halbe Das ist nur wieder so eine halbe